Hallo zusammen, mein Name ist Dietmar Hirsch, ich bin ehemaliger Fußball-Bundesligaspieler und aktuell aktiv in einem eigenen Verein als Jugendtrainer in der Nähe von Mörs am Niederrhein. Ich durfte letztes Jahr bei einem Benefiz-Turnier in Kreilsheim teilnehmen. Der Rahmen war super, die Region ist super und jetzt habe ich halt vom Weihnachtswunder in der Nähe von Kreilsheim bzw. in der Region Kreilsheim erfahren. Und ich finde es halt bemerkenswert, was dort auf die Beine gestellt wird. Unternehmer, Firmen, denen es mit Sicherheit in der Corona-Zeit auch nicht gut geht, unterstützen sozial schwache Familien, sozial schwache Kinder. Und ja, hier lernt man wirklich, dass die Stärkeren den Schwächeren helfen. Und ich ziehe den Hut vor solch einer Aktion, möchte das mit diesem Video einfach unterstützen, meinen Dank zum Ausdruck bringen und hoffe, dass das sehr, sehr viel zusammenkommt, das sehr, sehr viel geholfen werden kann. Und drücke allen die Daumen, wünsche allen, dass sie gesund bleiben und wünsche allen jetzt schon mal eine frohe Weihnachtszeit. Bleibt alle gesund und ja, macht einfach so weiter. Absoluten Respekt. Vielen, vielen Dank.